Hallo und herzlich willkommen zu Part 8 von Destiny. Also, wir sind immer noch in Altrussland unterwegs und zwar müssen wir für die gute Sache kämpfen. Machen hier eine kleine Nebenmission quasi. Haben uns mal ein bisschen fortbewegt von den Hauptmissionen. Zum ersten Mal, glaube ich jetzt. Gucken, was uns das bringt. Erstmal müssen wir unseren Gegner finden, das wäre gar nicht schlecht. Oh, wir sind wieder draußen. Gut, wo lang müssen wir jetzt? Da drüben irgendwo hin. Gut, Scarface kämpft auch schon. Uh, das sind aber viele Gegner. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich hin muss hier. Was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Den Sparrow lassen wir erstmal da. Was ist denn hier hinten irgendwo hin? Sehr, sehr unwegsames Gebiet hier. Unübersichtlich. Okay, da hinten muss ich hin. Keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Ja. Boah, das ist wieder richtig creepy hier, finde ich. Gruselig. Bro. Okay. Woh, das ist wieder so... Wir sind hier. Wo? Ach. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh! Boah! Die sind ganz schön stark. Rückzug, Rückzug. Ich hätte die Waffe schon gewechselt, okay. Yay! Oh oh. Sehr cool. Haben wir mal was Gutes gemacht. Was quietschen das Tor so gruselig? Müssen wir hier nochmal eben gucken, was es hier so gibt. Und dann schauen wir mal, was wir sonst hier noch so an netten Nebenmissionen machen können. Ich würde auch gerne mal die Level 5 Missionen dann auch machen, wenn wir Level 5 sind. Das wäre nicht ganz lustig. Hier scheint nichts mehr Tolles rumzuliegen. Gehen wir da oben mal lang. Gucken, was es da noch so gibt. Ja, laut Zielpunkt sollen wir hier gar nicht hin, aber ist mir egal. Gucken kostet ja nichts, außer mein Leben vielleicht. Sieht so aus wie ganz am Anfang der Gang, den man langgegangen ist, ne? Ganz am Anfang von Destiny. Das ist auch die Lagerhalle. Guck mal. Das ist der Anfang. Da sind wir angekommen. Na dann. Dann gehen wir jetzt zu... Uh! Ich bin vor dem Rohr erschrocken. Schlechte Nerven, die ich habe. Vor allen Dingen habe ich Durst. Und ich habe hier nichts zu trinken. Ganz schlechte Gaming-Bedingungen, wirklich. Ich brauche einen Wasserträger. Das wäre super. Mein Schatten läuft da. Bisschen unweibliche Art zu laufen. Das muss ich ändern. So, Level 5er. Du kannst mir auch nicht helfen, Junge. So. Und nun? 74 Meter geradeaus. Ja, super. Ganz toll. Ja, super. Ja, ob die Waffe so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Ich habe zwar gerade auch scheiße gezielt, aber... Jetzt habe ich die im Rücken wahrscheinlich, ne? Vor mir und im Rücken. Und überhaupt. So. Jetzt muss ich mal irgendwo kurz ein bisschen verschnaufen. Super. Ist das der gelbe Streifen? Ja, das ist mal eine super Fähigkeit. Cool. Habe ich das jetzt auch schon mal kapiert? Und nach da hinten irgendwo. Probieren wir das doch einfach mal. Lauf, Forest, lauf! Was ist denn hier los? Muss ich hier hin? Okay, angenommen. Das ist der Kriegskult der Zukunft. Erbitten Hilfe in diesem Gebiet. Naja, wenn das der Kriegskult der Zukunft ist, dann muss ich das ja erst in ferner Zukunft machen. Haha. Nein, das machen wir natürlich jetzt. Feinde eliminiert 0%. Und wo ist mein Wegpunkt? Welche Feinde denn? Alle Feinde? 6% Also das läuft schon, ja? Na gut, off we go. Ach, Vandalen. Warum bleibt er denn nie stehen? 17%. Yeah, yeah. Dann suchen wir uns jetzt mal ein paar Feinde, wa? 22%. Und die mal ein bisschen flankieren. Okay. 50%. So, machen wir weiter, ne? Der geht in eine andere Richtung, meinetwegen. Aber der hat recht, oder? Vielleicht hat der recht. Dann geh ich dir mal hinterher. Öh. Hä? Achso. So. Hier sind keine. Hier wird auch kein Punkt vorgegeben, ne? Ich soll einfach irgendwie rumlaufen. Und Feinde suchen. Na gut. Also hier sind keine. Suchen wir weiter. Uh, wir haben eine Tonne gelaufen. Da kommen wieder welche da hinten. Jetzt ist mein Verbündeter hier weg. Muss immer alles alleine machen. Das ist so gemein. So lonely. Okay. Okay. Ich stehe hier irgendwie doof, merke ich gerade. Komm, Plünderer. Ach, seid doch nicht so. Lass mich doch mitspielen. Mal ein bisschen Schiss mit der Sniper so vorauszulaufen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Puh. Das war ganz schön blöd von mir, ne? Die sind aber immer unsichtbar. So blöd war das gar nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, ich glaube, die zweite Hälfte wird schwierig. Um hier auf 100% zu kommen. Oh, 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 oh. Oh! Können die nicht, wenn sie nur immer die trifft, dann langsamer sichtbar werden? Boah, der ist überstark. Das heißt, was ist in der Nähe? Boah. 61 Prozent. Achso, der ist in der Nähe. Jemand, der wie ich sich da durchkämpfen muss. 78 Prozent. Vielen Dank. Nicht mehr viel. Der Level 13 Typ da, der ist echt... Der hilft. Aber sowas von. Eine große Hilfe. Komm, wir schaffen doch die 100 Prozent, oder nicht? Ist mal ehrlich. Oh, 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 oh. Uh, ich habe irgendwas eingesammelt. Neuen Helm. Ah! Ah! Hundert Prozent. Juhu! Tja, das lief sicher anders, als sie erwartet hatten. Und jetzt? Und jetzt? Gehen wir nach Hause, oder? Hm. Mal eben unseren neuen Helm anziehen. Eventuell. Ja. Ja, 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 ja. Sehr schön. So, Missionen verfügbar. Finde mit dem Nerf-Modus Leuchtsignale und erhalte Missionen vom Turm. 108 Meter. In diese Richtung. Oh, 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 oh. Die Drohnen sind leer. Weiter geht's. Ich will zum nächsten Missionspunkt, bitte. Ist das hier richtig? Nein. Okay, hier ist eine Sackgasse. Oh oh. Ich bin hier nicht alleine. Hey, Flassberg. Hilf mir. Das sind böse, böse Leute. Ich muss hier rein. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Da muss ich hin. Hüter, sucht bei euren Schlachten nach ein paar Dingen für mich. Details hat euer Geist. Tiefliegende Verteidigungsdrohnen. Drehgeschütze eingesammelt. Okay. Ja, Geist. Wo muss ich hin? War ein Spruch. Ich habe keinen Zielpunkt gesehen. Hat jemand einen Zielpunkt gesehen? Ich nicht. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, da. Okay, hier sind irgendwelche Sachen. Oh, Fregelschütze. Oh, fuck. Ah, nicht gut. Das überlebe ich nicht. Puh, das war knapp. Oh. Level 6, Leute. Level 6. Soll der Quatsch. Achso, die verlieren das, ja? Super. 75%. 100. Puh, okay. Mission abgeschlossen. Ich sage Levante Bescheid. Das macht das. Was habe ich eingesammelt? 18, 17, 18. 2.1. Da habe ich die Besseren. Habe ich da auch eine Verbesserung? Nee, was heißt da dieses Ausrufezeichen? Na, keine Ahnung. Äh. Da ist die Schrotflinte. Hätte ich hier getroffen? Oh. Ich muss mir das später angucken. Wo soll ich hin? Da hinten irgendwo. Okay, nochmal. Also. Aufgewertet habe ich mich ja schon, ne? Ja, das habe ich noch nicht. Wurfmesser. Uh, Wurfmesser. Gut. Hier habe ich auch alles neu. Dann habe ich hier den Helm. Okay. Hier habe ich auch das Beste ausgerüstet. Wobei ich nicht weiß, was das hier heißt. Intelligent. Keine Ahnung. Intellekt verringert die Abklingzeit. Okay. Disziplin. Disziplin verringert die Abklingzeit deiner Granaten. Okay. Da muss ich darauf achten. Hier ist Stärke plus 13. Dann gucken wir irgendwo, dass da Disziplin ist oder sowas. Stärke. Stärke verringert die Abklingzeit deiner Wurfmesser. Beinschutz habe ich auch nichts Neues. So, gut. Habe ich jetzt hier irgendwie nichts Neues, oder? Nein. Aber einen neuen Zielpunkt. Aber Leute, ich würde sagen, was uns da erwartet, das erfahrt ihr im nächsten Teil von Destiny. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.